Diese Leute haben in ihrem Job mehr versagt als ich. Da oben steht zurück zur Schule, also frisch zum neuen Stuhl statt noch ein bisschen Alkohol kaufen oder was? Hier fängt plötzlich an der Feuerlöscher zu brennen. Junge, du sollst das löschen. Aus irgendeinem Grund hat die Frau da hinten zwei Kinder an der Leine und aus irgendeinem anderen Grund hat diese Frau da einen freaking Hund im Kinderwagen. Da steht drauf Not Made in China. Eine riesige USA-Flagge. Und wenn man da links unten schaut, steht einfach Made in China. Das ist wohl die größte Doppelmoral. Na, wobei die größte Doppelmoral ist wohl dieser Einkaufslase. Dieses Band gegen Rückenschmerzen kriegst du einfach nur ganz unten. Wie sollen da Leute mit Rückenschmerzen überhaupt rankommen? Der Rapper 50 Cent verkauft einfach mal eine CD für genau 50 Cent. Zufall, ich glaube nicht. Und dieser Mähdrescher wurde einfach von einem Maiskorn attackiert. Hier haben wir ein Rückenbild von einem Hund, der einen anderen Hund aus Monopoly verschluckt hat. Ich glaube, der Hund kommt nicht mehr über los. Diese Motorräder von Dominos sind wirklich Dominos. Und auf diesem LKW steht einfach neue Wege finden. Und naja, also irgendwie hat er einen gefunden, ne?